vorwärts vorwärts so ihr errichtet mir jetzt hier vorne ein großes haupthaus erstmal du folgst mir mal zurück so ihr errichtet mir auch mal ein großes haupthaus hier oben was fehlt uns dann noch alles bei den orks der rum ist und eine dunkle schmiede und natürlich die keilerzucht und die belagerungsgebäude so ihr errichtet mir auch hier gleich einen schattenturm für den klan lauft was fliegt an wo sind die gegner so spiel da habe ich auch schon errichtet ja meister das gebäude ist fertig gut das gebäude ist fertig das heißt als nächstes die ganzen anderen gebäude das gebäude ist einsatzbereit bin schon da so also die mundsilberhalle auf schmiede und moniksturm als letztes schwarze schule können wir hier hinsetzen so einen keiler fähre ich bitte ja schon gut das gebäude ist einsatzbereit so schwarze schule das gebäude ist einsatzbereit achso ja stimmt haben wir noch ein paar so erstmal den feuertempel so sind noch ein paar gebäude die errichtet müssen bevor wir richtig loslegen können so das war die schwarze schule ja meister ja meister gut nichts mehr zu befürchten hier gut jetzt brauche ich noch die rumeshalle und das blutheilichtum so die rumeshalle stellen wir mal hier auf äh nicht das blutheilichtum die dunkle schmiede wie sieht es hier eigentlich aus nur macht uns stärker meister das ist leicht das ist leicht das ist leicht das ist leicht so so wir haben eigentlich alles schule der zerstörung lassen wir mal jetzt wird noch die schmiede die passt perfekt hier rein ganz gut gut Verstanden, Meister. So, ihr baut die Mondsilber-Mine jetzt fertig. So, und ihr baut mir jetzt noch einen Onyx-Turm. Das ist leicht. Hier hin. Man, die Ruhmes-Halle braucht echt lang zu bauen. So, und zum guter Letzt eine dunkle Spiegel. Verbesserung ist fertiggestellt. Meister, das Gebäude ist fertig. Ich heile, Meister. Danke. So, Pilzfarm und wir sind dann so gut wie fertig. Hier kann nichts verbessert werden. Hier können wir zwar die Todeswirbel erforschen. Ganz ehrlich, unsere Truppen sind 33. Die Gegner sind 39. Dieser Skill bringt nie was. Meister, das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, neues Schnitterzelt. Neues Schnitterzelt. Verbesserung ist fertiggestellt. So, dann holen wir uns mal Veteranen und Nekro-Mann. Muss ja sagen, wir waren doch recht flott. Warum Einheitenlimit erreicht? Oder kann ich einfach keine Einheiten da ausbilden, solange hier ausgebildet wird? Das Herz. Schrauben. So, dann. So, dann. So, dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020